Ein herzliches Willkommen in Schladming. Die optimale Einstimmung in einen perfekten Winterurlaub wird in Schladming mit der Welcome Show für Urlauber und Genießer einmal mehr unterstrichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Gäste und Freunde von Schladming, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend und wir freuen uns sehr, dass Sie Urlaub wieder in der Ferienregion Schladming-Darstadt vertreten. Von der Spektakon-Darstadt mit einer makulären Skishow über einheimische Traditionen mit Volkstanz, Rauchtung, bis hin zu cooler Action mit einer atemberaubenden Feuershow, einer Demonstration der Bergrettung über das Abseilen, einer Lasershow und natürlich purem Spaß unter Freunden werden die Besucher eingestimmt auf ihr unvergessliches Urlaubserlebnis. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir danken Ihnen für Ihren Besuch und wünschen noch einen unvergesslichen Urlaubsaufenthalt in der Region Schladming-Darstadt. Grüß Gott in einer der schönsten und vielfältigsten Urlaubsregionen des Alpenraumes. Willkommen in Schladming!